Hallo liebe Freunde, oh, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Marie musste dran glauben. Und wir müssten schleunigst anonym werden. Okay, wo renne ich lang? Jetzt muss ich erstmal wieder zusammen mich sammeln. Oh Gott, nächster Treffer eingesagt. Kein Medipack mehr, das war das letzte Medipack, was ich nehmen konnte. Oh mein Gott, jetzt werden die mich verfolgen. Hier geht's nach unten. Oh, shit. Nein, ich bleibe mal lieber hier weg. Vorsichtig. Wie viele sind das denn zur Hölle? Oh Gott. Wo komm ich runter? Wo komm ich hier runter? Entschuldigung, ich muss mal vorbei. Wie die auch eiskalt rumballern hier. Hier sind doch normale Zivilisten, Freunde. Nur weil wir Marie erledigt haben, ganz ehrlich. Oh, hier ist ein Ausgang, perfekt. Oh Gott. Eigentlich wollte ich ja noch den Dings holen, ne? Hier den Aufsichtsturm. Wisst ihr was? Ich probier's sogar. Ich probier's. Vielleicht schaffe ich's noch rechtzeitig nach oben. Aufs Dach. Die suchen mich natürlich jetzt überall. Die Frage ist, inwieweit ihr mich hier aufspüren könnt? Was für ein Start der Folge von Assassin's Creed. Und wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert, wir haben Marie gerichtet. Eine Templerin. Die für Probleme gesorgt hat. Und jetzt schlagen wir direkt zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir flüchten. Und wir sorgen dafür, dass der Aussichtsturm hier noch entdeckt ist, mitten im Kampf. Okay, du schaffst das schon, Arno. Ich vertraue dir. Gib dein Bestes. Legendärer Phantomumhang. Haha. Wunderbar. Und hier oben sind wir sogar safe. Wie perfekt ist das denn? Sehr geil. Und diese Erinnerung hat richtig Laune gemacht. Auf jeden Fall. Auch wenn's wieder Antat war, ich freu mich auf andere Sachen. Ähm, wir fahren fort. Zack. So, einmal runtergedroppt. Okay. Einmal synchronisieren, bitte. Ja, ich muss die Mission auch nochmal neu spielen, übrigens. Der Palais von Luxemburg. So heißt er ungefähr. Übersetzt, wenn ich das genau richtig gesagt hab. Ähm, ich hoffe es doch. So, jetzt hüpfen wir hier rein. Den Absprung lasse ich mir nicht nehmen. Von der... Oh, oh, Vorsicht mit deinem Kopf. Ui, ui, ui. Das war aber auch eine interessante Nummer. So, jetzt sind die natürlich alle wieder hier draußen. Das bedeutet, es wird direkt losgehen. Wir kriegen direkt wieder auf den Senkel. Aber, bevor wir jetzt hier wieder voll die Action durchstarten. Hör ich mal einen Blick auf die Karte. Und da wir so im Missionsflow sind. Machen wir hier mal weiter. Oh. Da die gute Marie nun tot ist, ist es an der Zeit für das Treffen mit Elise. Und die Flucht aus der Gegend. Okay. In 190 Metern. Direkt um die Ecke quasi. Hi, Freunde. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht wirklich da. So, einfach mal zwei Rauchbomben hingeklatscht. So, und da sind wir denen schon entkommen. Dann sehen die uns nämlich nicht wegen dem Nebel. Die sind so hohe. Voll die Hohlbirnen. Hahaha. Uh, da springe ich erstmal auf die Mauer zur Freude. Komm auf die Mauer. Ach, na dann nicht. Manchmal ist die Steuerung immer noch ein bisschen hakelig. Also, ich komme schon langsam wesentlich besser mit ihr. Klar, aber immer noch nicht so richtig, dass sie sagen, Boah, Alter. Ich habe es voll drauf. Diese Steuerung. Das ist unglaublich. Wirklich äußerst beunruhigend. Oh, was ist beunruhigend? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen, was beunruhigend war. Aber hier ist eh sehr vieles beunruhigend. Und heute ist es mal richtig dunkel hier, ne? Was soll man denn da noch liegen? Oh. Wie, ich habe das doch ausgescheidet mit den AC Initiates. Die wollen mich doch veräppeln. Jetzt kann man das nicht mal lesen. Dabei habe ich mich da komplett ausgelocht extra sogar. Das ist doch wirklich der Hammer. Vor allem, das bringt einfach überhaupt nichts. Nee, das Journal de Paris will ich lesen. Junge Frau, äh, junges Spiel. Da muss ich nochmal Nachforschung anstellen. Das mache ich jetzt halt dann auch wieder im Off. Warum das jetzt auch jeder auch immer? Naja, egal. Wer das lesen will, das Journal de Paris, kann gerne Pause drücken. Jetzt wird es auch offiziell angezeigt. Aber diesen AC Initiates hätte ich mich am besten gar nicht einloggen sollen. Jetzt habe ich mich extra ausgeloggt und dann, ja, sowas. So, Pause ist gedrückt und wir ziehen direkt weiter. Keine Zeit damit verschwenden. Und hier das Journal de Paris haben wir jetzt auch natürlich im Tagebureeintrag Pibapo 1793. Schmuckes Hähnchen. So, da rennen wir da vorne mal hin und dann haben wir auch direkt die nächste Mission. Müssen wir gemeinsam mit Elise die Flucht planen. Die Flucht, während wir in der letzten Folge noch eine Hungersnot hatten, die wir aufhalten wollten. Ich weiß gar nicht, ob das perfekt gelungen ist. Ein bisschen Probleme gab es mit Sicherheit. Flüchten wir jetzt. Beziehungsweise bereiten die Flucht vor. Bitte was? Keine Zeit für Erklärung. Renn! Oh, oh. Das geht ja schon gut los mit einer richtigen Flucht. Fast. Sehr schön, Elise. Naja, oder auch nicht. Können wir noch heute Abend aufsteigen, Professor? Nein, nein, nein. Ich fürchte nicht. Diese älteren Modelle sind dem Wind völlig ausgeliefert. Und davon haben wir viel zu viel, um es wagen zu können. Fürchte ich. Nun, und dieses spezielle Modell ist... Was glaubt ihr, was ihr da macht? Kommt auf der Stelle da raus! Habt die Seile! Ich decke dich! Oh je! Na, eine kleine Flucht mit dem Ballon gefällig, oder was? Keine Seilekappen. Komm schon, Arno, rennen! Oha. Ich glaube, ich muss mich erstmal um die Typen kümmern hier, ne? Autsch! Danke, aber du hast mir das Leben gerettet vor dem Schuss. Oh. Okay. Ich setze mal in Ruhe das Seilkappen hier. Einmal interagieren, bitte. Zack! Das hätten wir auch einfach mit dem Schwert zerschlagen können, eigentlich. Na gut. Jetzt müssen wir doch eigentlich gar nicht mehr abhauen. Oh doch, wir müssen abhauen. Da kommen die Nächsten. Ich glaube, Elisa hat ein paar Freunde mitgebracht, ne? Alter, ich hab doch geblockt. Ich hab doch barriert. Okay, jetzt soll ich erstmal hier. Hier. Kriegt mich niemals, ihr Würmer. Oh fuck. Zu spät? Oh, da waren sie aber trotzdem alle draufgegangen. Also alles gut. So, keine Zeit zum Plündern jetzt. Da kommen nämlich direkt die Nächsten. So. Jetzt schnell hier. Krieg den Ballon. Ich komm zu dir. Warte da. Ich gehe sicher nicht weg. Was zur Hölle? Mit dem Ballon von Mungo 4 Schritt halten. Ja, der Erfinder der Ballons. Das ist wirklich schön hier oben. Das solltest du sehen. Ach du Scheiße. Wir sind dem Wind völlig ausgeliefert, hat der Monsieur Mungo 4 ja noch gesagt. Komm schnell hier rüber. Oh Gott. Hast du dir schon überlegt, wie du wieder runterkommst? Ach, nach unten geht es meist von allein. Oh Backe. Also so einen richtigen Plan habe ich noch nicht. Oh Gott. Blitz und Donner. Das fehlt jetzt gerade noch. Und auch noch weitere Gäste. Komm, auf den können wir jetzt nicht setzen. Ich schaff das hier. Lauf du weiter. Boah. Jungs, das ist recht übel gerade. Jungs und Mädels natürlich. Oh danke. Danke Elise. So, irgendwie auf den Dächern bleiben. Wir sollen ja angeblich nicht den Boden berühren und Schritt halten. Also bisher sind wir doch eigentlich ganz gut. Beim Schritt halten. Könntest du die Frau bitte in Ruhe lassen? Zack. Noch schnell unterwegs einen weggeschnitzt. Das ist vielleicht ein Fehler, wenn ich das mache. Oh Gott. Lass die Finger von diesem blöden Schornstein. Oh mein Gott. Arno, du machst mich noch fettig. Du bringst mich noch ins Grab. Okay, wo geht es hier rein? Nein. Da muss ich hier rüber. Scheiße. Es ist verdammt schnell gerade der Ballon. Ich muss dranbleiben. Ich komme Elise. Sehr schön. Sie kann sich selber helfen. Oh Gott. Wie bleibe ich denn jetzt hier? Und schwuppdiwupps. Wir berühren den Boden nicht. Aber sie fliegt genau in die falsche Richtung. Verdammte Axt. Was ist passiert? Das Kleine hat sich verfangen. Du da. Halt. Halt dich gut fest. Komm da runter. Okay. Werden das abgeschlossen? Oh, nicht den Boden berühren. Das wurde doch gerade abgeschlossen. Toll, jetzt bin ich extra... Jetzt geh hoch. Alter. Arno. Mach mir jetzt nicht kirre hier. Völlig super Kameraführung gerade. Ich bin ja schon unterwegs. Jetzt habe ich extra wegen dir den Boden berührt. So, dann können wir uns doch eigentlich an dem Haken festhalten, oder? Kann doch nicht sein, dass wir es jetzt klappen müssen. So, bleib dran. Genau, Arno. So habe ich mir das vorgestellt. Sehr geil. Supercool. Also, ich finde es super. Arno nicht so. Autsch. Nein. Alles gut. Wir haben Zeit. Die Folge geht noch was. Boah. Ui, 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 ui. Die Jungs meins ernst. So, jetzt schnell mal hier durch die gute Stube. War nicht so gemeint. Normal mache ich sowas nicht. Nur jeden Tag ungefähr. In Assassin's Creed rennen wir mal durch fremde Wohnungen. Bitte nicht zu Hause nach. Kommt nicht so gut an. Vor allem nicht in den Staaten. Oh. So schnell den Überblick bei allen ist auch gar nicht so eine leichte Nummer. Aber es klappt bisher recht okay. Ach. Sagt lieber nichts. Oh, Backe. Alter Schwede, was hier einschlägt. Komm schon jetzt. Ja, ich bin dabei am Rennen. Ich würde gerne mal zu dem Ballon kommen. Aber wir werden heute wohl noch weiter hüpfen müssen. Das Spiel lässt uns keine Wahl. Ich würde sogar mit dem Ballon rumfliegen jetzt über Paris. Das sieht bestimmt voll super aus. Aber bestimmt gibt es einen romantischen Abschied, oder? Komm schon. Da müsste ich doch jetzt... Da kriegt er gerade wieder Schwung. Dieser gottverdammte Wind. Ja, 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 ja. Oh yeah. Der gefällt mir. Sehr schön, Arno. Oh. Klasse. Nächstes Mal plane ich den Fluchtweg. Wunderschön. Von hier oben sieht es gar nicht so aus, als ob sich die Nation entzweit. Kann... Kann es jemals wieder so werden, wie es einmal war? Sag's mir. Glaub nicht. Nach allem, was geschehen ist. Allem, was verloren ging. Also das war's dann. Der Lauf der Geschichte auf ewig verändert. Und es führt kein Weg zurück. Vielleicht gibt es kein Zurück. Aber... Voranzuschreiten ist nicht unbedingt ein Ende. Elise. Ich. Du hast geschummelt. Du warst zu langsam. Ich liebe dich. Der romantische Abgang. Den ich schon erwartet hatte. Voll cool gemacht. Super coole Mission mit dem Luftballon. Vor allem ist das, glaube ich, auch der Ballon von Montgolfier. Wenn ich das richtig sehe. Haha. Ja, an dem Boden nicht berühren. Da dachte ich, die Mission wäre vorbei. Hab aber auch selber ein bisschen verkackt in der Situation. Hat aber mega Laune gemacht. Deswegen. Erinnerung bewerten. Volle fünf Sterne. Ganz klar. Das war eine richtig coole Sache. Wow. Irgendwie cool. Ich wäre jetzt gerne noch mit dem Ballon ein bisschen über Paris geflogen. Ja, vielleicht hätte ich nur vier in den Hype geben sollen. Dann wären es wirklich glatte fünf. Dann wäre es richtig cool. Wobei diese Rennmission... Ich vermisse ja schon so ein bisschen den Entdeckungsdrang von den Schiffen, den ich da mit Black Flag hatte. Das war auch ziemlich cool eigentlich. So, die Ladezeit lasse ich jetzt hier mal ausnahmsweise drin. Mein Gott. Ich schneide die ja normale mal raus. Da seht ihr mal, was jetzt selber an Zeit spart alles. Mhm. Wie viel Zeit man in Ladescreens verbringt. Will ich gar nicht wissen im Leben. Der durchschnittliche Spieler. Vielleicht kann das ja jemand ausrechnen. Ich musste los. Du sahst so friedlich aus. Ich wollte dich nicht aufwecken. Je t'aime. Eh. Da sieht die Welt schon wieder besser aus. Den wird schon jemand holen. Bestimmt. Weit sind wir aber nicht gekommen. Wir hängen wohl immer noch in Paris. Nur jetzt wohl so woanders. Oh, der Weg des Hungers. Seine Trophäe. Komm sofort zurück! Die, die Länder! Halte den, die! Ich bin dabei! Hörst du mich? Entschuldige die Tonqualität. Wir haben ein Signalrauschen wie von einem Wasserfall. Es sieht nicht gut aus. Wie wär's mit noch einem Tagboost, bevor ich die Verbindung verliere? Ich schicke jetzt die Daten. Oh, ein Tagboost. Neue Assassinenfähigkeit freigeschaltet verbesserte Phantomlinge. Das dickste Fell. Giftgas, um diese zu kaufen, benötigen sie Sinkpunkte. Mhm. Kennen wir bereits. Und elf Stück haben wir davon. Ich hab nämlich fleißig gespart auf diesen Moment. Ha! Na, Kampf. Meister der Stangenwaffen. Meister der Einhandwaffen. Einhandwaffen benutzen wir ja grundsätzlich am meisten Gnadenstoß. So, machen wir mal Meister der Einhandwaffen. Obwohl, wir gucken erstmal, was es sonst noch so gibt. Nicht, dass wir nachher den Obershit finden. Der kostet dann ein bisschen mehr. Das brauchen wir nicht. Brauchen wir erstmal auch noch nicht. Verbesserte Phantomlinge nutzen wir zu selten dafür, dass wir die bräuchten. Aber das ist natürlich auch nicht schlecht. Schleichen. Ja, Schlossknacken könnten wir auch mal wieder investieren. Aber bringt auch noch ein bisschen Kohle. So. Gruppenheilung. Da können wir das dickste Fell. Dann haben wir noch. Mann, das wäre natürlich auch geil. Das können wir uns jetzt theoretisch sogar einfach holen. Dann halten wir im Kampf sehr viel mehr Schaden aus. Dann sind wir quasi nicht mehr runter zu kriegen. Wenn wir das dickste Fell haben. Und dann das allerdickste Fell, oder was? Eisenfell. Oh Gott. Zwölf Punkte. Dickeres Fell. Okay. Jetzt natürlich die Frage. Ich finde diesen Skill hier persönlich, den am Meister der Einhandwaffen, auch nicht schlecht. Während sie Schwerter und andere Klingenwaffen zu meistern, um starke Angriffe einsetzen zu können, halten sie mit ausgerüstetem Schwert, ja, vier gedrückt, um diese Fähigkeit einzusetzen. Eigentlich wird es Zeit dafür, damit wir auch mal ein bisschen Attacken durchbrechen können und nicht nur mal wegrollen müssen. Bei jedem Scheiß. So. Du bist nah am Ziel, also halte durch. Wir konnten den genauen Zeitpunkt und Ort von Germains Tod nicht bestimmen. Also musst du es selber tun. Bishop out. Und da rennt der Diebland. Hi. Entschuldigung. Ist gegen die Frau gelaufen. Perfekt. Haben wir den auch noch bekommen. Und Bishop hat sich gemeldet aus der Realwelt. Um das mal zu erklären, da haben viele Leute auch gefragt, hey Sarazza, was ist eigentlich diese komische Realwelt? Es sind ja auch viele neue Zuschauer dazugekommen, die vorher noch gar kein Assassin's Creed oder irgendwas, ja, gespielt haben. Und deswegen muss man das vielleicht nochmal erklären, ganz kurz. Also wir befinden uns hier nicht wirklich in der Zeit um die französische Revolution, sondern eigentlich in den Gedanken, kann man so sagen, beziehungsweise über die DNA, in den Erinnerungen eines Charakters. In diesem Fall dem guten Arno, den wir ja über ein Gerät steuern können. Ich glaube, so kann man es vereinfacht sagen. Und in Wirklichkeit hängen wir natürlich in der Realität. Also wie jetzt auch wirklich. Es ist im Prinzip ein bisschen Inception-mäßig, weil wir spielen ja ein Spiel im Spiel im Spiel, beziehungsweise eine Erinnerung in der Erinnerung in der Erinnerung, obwohl es gar keine echte Erinnerung ist. Mann, 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 da wird es ja richtig kompliziert. So, schauen wir mal eben auf die Map, bevor ich irgendwie rumgeister nachher noch. Vorne wäre das gute Café, da können wir mal einen kleinen Abstecher hinmachen. Waren wir länger nicht mehr. Das gute alte Café. Das ist schon auch ein echt schönes Etablissement. Mittlerweile haben wir das ja auch ordentlich aufgepimpt. Das könnten wir natürlich noch mehr aufpimpen. Nett hier, ne? Nett hier. So, spazieren wir mal rein. Sam Gouz und Monsieur Grisier. Tatsächlich? Und wobei, hast du sie gesehen? Keine Ahnung. Sie waren um Mitternacht bei der hinteren Mauer und flüsterten. Monsieur schien verzweifelt. Er sprach über Nonnen und dass es bald keine Klöster mehr geben wird. Hm. Und was hattest du, um Mitternacht da draußen zu suchen? Nichts. Nur frische Luft schnacken. Sicherlich. Sicherlich. Da erfahren wir auch immer wieder neue Geschichten. Wir könnten mal wieder renovieren. Was können wir denn machen? Ein Erdgeschoss? Aha. Aha. 5000. Das ist natürlich auch echt ein Wort. Obere Stoppwerke. Ah, ne. Das war die. Da warte ich erstmal noch ab. Das ist mir noch zu teuer. Aber wir haben ja bald auch alles hier. Es sind ja noch zwei Verschönerungen, die wir machen müssen. Aber es wurde auch oft in die Kommentare geschrieben. Hey, Saraza, magst du das Ding aus? Du kriegst nachher richtig fett Kohle. Muss da nicht mehr jede blöde Leiche plündern, was ich ja ohnehin nicht mehr mache. Aber das war mir dann auch ein bisschen zu haarig. Ganz ehrlich. Guten Tag, junge Frau. Bonjour. Ich hoffe, es geht euch gut. Das haben wir uns auch noch gar nicht mitgenommen hier. Die geheimen Tür in der Küche. Da haben wir völlig was hier, das Ding vergessen. Ich möchte, dass du auf den Markt gehst und Gemüse für den Sonntagseintopf kaufst. Oui, Madame. Hier sind 20 Livre. Das sollte mehr als genug sein. Na, dann zieh mal los. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle mit einem Adios Amigos oder Adieu Monsieur, um es in den Worten dieser Pariser Gesellschaft zu sagen. Bis dahin, liebe Freunde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich werde mich nochmal an diese AC Initiates wenden und probieren, das irgendwie auszuschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020